Eine so einfache Frage und doch steckt einiges dahinter. Der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt. Dir ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass man sich auf sehr dünnem Eis bewegt, wenn man diese Frage angeht, da es mehr eine soziale und politische Angelegenheit ist, als eine linguistische. Am Ende dieses Videos wirst du vielleicht eine neue Sicht auf Sprachen und Dialekte haben. A language is a dialect with an army and a navy. Dieses Zitat stammt von Max Weinreich und er bezieht sich hiermit auf Jiddisch, das sehr lange als Dialekt galt, weil es nicht mit einem politischen Gebilde identifiziert werden konnte. Was als Sprache zählt und was nur ein Dialekt ist, wird beeinflusst durch Staatlichkeit, Wirtschaft, literarische Tradition und das Schriftsystem und Zeichen von Macht, Autorität und Kultur. Aber diese Einflüsse sind für Linguisten völlig irrelevant. Sehen wir uns ein paar Beispiele an, die zeigen, dass die Unterscheidung zwischen Sprache und Dialekt nicht immer eindeutig ist und mit diesen Faktoren, die ich eben genannt habe, zusammenhängt. Zum Beispiel chinesische Dialekte wie Kantonesisch, Hakka, Shangai-Nesisch und so weiter. Die unterscheiden sich genauso stark voneinander und auch von der dominanten Sprache Mandarin, wie auch zum Beispiel romanische Sprachen, also Französisch, Spanisch, Italienisch und Rumänisch. Dass sie den Status Sprache haben, berührt von ihrer Verbindung mit einer einzelnen Nation, einem geteilten Schreibsystem und von einer bestimmten Regierungspolitik. Wenn aber Kantonesisch, Hakka und Shangai-Nesisch als Dialekt betrachtet werden, dann müsste man eigentlich aus linguistischer Sicht auch Spanisch, Italienisch und Rumänisch zum Beispiel als Dialekte des Französischen einstufen. Dass man das nicht tut, das hat aber überwiegend politische und wirtschaftliche Gründe. Im Gegensatz dazu sind zum Beispiel Hindi und Urdu eigentlich die gleichen Sprachen, früher auch Hindustani genannt. Aber sie sind mit unterschiedlichen Ländern verknüpft, Indien und Pakistan, haben ein anderes Schriftsystem und haben unterschiedliche religiöse Auffassungen. Obwohl es natürlich sprachliche Variationen gibt im Gebrauch von Hindi und Urdu, in Indien und in Pakistan sind die Unterschiede sehr, sehr klein. Viel kleiner als der Unterschied zwischen Mandarin und Kantonesisch zum Beispiel. Trotzdem spricht man getrennt von Hindi und Urdu. Der Unterschied zwischen Bayerisch und Deutsch ist viel größer. Trotzdem sagt man, dass Bayerisch ein Dialekt ist. Und auch hier wieder, es sind vor allem politische und wirtschaftliche Gründe. Und ich will noch ein viel extremeres Beispiel zeigen. Sehen wir uns das frühere Serbo-Kroatisch an, das fast im ganzen Gebiet des früheren Jugoslawien gesprochen wurde und das als eine Sprache eingestuft wurde mit verschiedenen Dialekten und Schriftsystemen. In diesem Gebiet verwendeten die Serben, überwiegend orthodox, das kyrillische Alphabet, während die Kroaten, überwiegend römisch-katholisch, das lateinische Alphabet verwendeten. In einer Periode von nur ein paar Jahren nach der Auflösung von Jugoslawien als eine politische Einheit entstanden drei neue Sprachen, Serbisch, Kroatisch und Bosnisch. Obwohl sich die linguistische Grundlage dieser Sprachen nicht geändert hat. Klar sollte an dieser Stelle sein, wie groß der politische Einfluss auf die Begriffe Sprache und Dialekt ist. Die Linguistik als Wissenschaft, die möchte aber ein neutrales Urteil, über was der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt ist, fällen können. Und setzt dabei bei der Mutual Intelligibility an, also bei der gegenseitigen Verständlichkeit. Mutual Intelligibility lässt sich einfach erklären. Wenn Sprecher A, Sprecher B ohne Probleme verstehen kann, dann müssen A und B dieselbe Sprache sprechen. Und auf Basis dieses relativ einfachen Prinzips wurde der ISO 639-3-Standard eingeführt, mit dem in der Linguistik zwischen Sprachen und Dialekten unterschieden wird. ISO 639-3 besteht im Kern aus drei Basiskriterien. Erstens, das Prinzip der gegenseitigen Verständlichkeit. Das habe ich soeben erklärt. Wenn es gegenseitige Verständlichkeit gibt, handelt es sich eher um zwei Dialekte. Zweitens, wenn das Prinzip der gegenseitigen Verständlichkeit kein eindeutiges Ergebnis liefert, dann wird nach gemeinsamer Literatur oder anderen kulturellen Überlieferungen geschaut, mit dem sich die beiden Gruppen identifizieren. Wenn beide Gruppen diese Texte verstehen, dann ist es ein Indiz dafür, dass es sich um Dialekte handelt und nicht um zwei unterschiedliche Sprachen. Drittens, wenn es genug gegenseitige Verständlichkeit gibt, um kommunizieren zu können, dann können es aber trotzdem zwei unterschiedliche Sprachen sein. Wenn sich beide Gruppen langanhaltend durch unterschiedliche kulturelle Identitäten unterscheiden und es Texte gibt, die einheitlich sind und sich von der Sprache der anderen Gruppe unterscheiden. Und jetzt du! Vergleiche dein Dialekt oder deine Sprache mit Dialekten und Sprachen in deiner Umgebung. Handelt es sich nach ISO 639-3 um eine Sprache oder doch um einen Dialekt? Du wirst erstaunt sein, denn viele Dialekte sind nach ISO 639-3 keine Sprachen, sondern Dialekte. Pölsch ist zum Beispiel kein Dialekt, sondern eindeutig eine Sprache. Eindeutig eine Sprache mitgeht, aber das steht, dass wir smote nicht abkommen, sondern eindeutig eine Sprache und websites condelliert werden. Ausatmиновért Art